Musik Ein Dreieck. Ein Dreieck ist es. Und das letzte Post-It. Komm zum Schluss. Was machen wir hier eigentlich? Wir kleben Post-Its für das Sunny Heart. Also keine Sorge, diese Post-Its werden natürlich nicht weggeschmissen. Dafür sind sie viel zu schade. Das ist ja auch ein Gesamtkunstwerk. Sondern wir werden die nach und nach in die neuen Kataloge von Thomas Cook reinlegen. Und dann haben wir auch unseren Kunden was von diesem Herz zu Hause. Musik